Wenn ein Arbeitgeber einen Partner auswählt, dann ist das ja häufig nicht ein Partner, sondern es sind mehrere Partner. Bei uns ist es so, dass wir hier als Verwaltungsgesellschaft, als die, die für die Funktion, für die steuerliche, für die arbeitsrechtliche Sicherheit, für die Rechtssicherheit, für die Funktion, für die Administration und Verwaltung im Hintergrund verantwortlich und zuständig sind, die das Ganze begleiten und einfach so machen, wie es der Kunde will, wie es der Kunde auch braucht, wie es auf das jeweilige Einzelunternehmen passt. Und auf der anderen Seite ist es meistens der Betreuer vor Ort, der das Ganze einrichtet, der das Ganze langjährig begleitet und betreut. Und da ist es zum einen in meinem Nasengeschäft, komme ich mit dem jeweiligen überhaupt zurecht, komme ich mit dem jeweiligen gut, kann ich mit dem gut arbeiten, komme ich mit dem gut zurecht, funktioniert mit dem alles, schätze ich den einfach als loyalen, als zuverlässigen, als kompetenten Partner ein und dann die Gesellschaft dahinter mit den ganzen Funktionalitäten, was Vertrauen, was Kompetenz, was Berufsstand, was Langjährigkeit und diese Dinge betrifft. Und das ist eigentlich der entscheidende Punkt, den ein Unternehmer, den ein Arbeitgeber eigentlich treffen muss, wenn hier eine falsche Wahl getroffen wird, dann ist es meistens schlecht, es ist nicht so schlimm, man kann das Ganze auch wieder korrigieren. Eine Verwaltungsgesellschaft, eine U-Kasse kann man in der Regel auch wieder wechseln, kann man wieder verlassen und kann die auf eine neue Verwaltungsgesellschaft, auf eine neue Unterstützungskasse übertragen. Aber es ist doch eine Entscheidung von hinreichender Tragweite und da sollte man sich einfach vergewissern. Glaubt man hier die Kompetenz, glaubt man dessen Know-how, glaubt man vor allem die Flexibilität, es ist vor allem eine Frage der Flexibilität, die zu erhalten, die man braucht, um hier was Eigenständiges, was Individuelles, was Passgenaues im Unternehmen einzurichten.